Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, ich begrüße euch zu Freestyle 2 Street Basketball und heute werden wir mal versuchen, endlich mal ein Match zu gewinnen. Ihr habt ja mal eine Vorstellung von diesem Spiel gezeigt und ich finde es geil. Und deswegen werde ich hier mit euch nochmal ein schönes Game machen. Natürlich wieder mit meinem Power Forward, der doch ordentlich gepunktet hat das letzte Mal. Und jetzt werden wir versuchen, mal langsam ein Aufbauspiel zu machen. Und nicht zu sehr. Oh, wir müssen jetzt schießen, wir müssen jetzt schießen. Ja! Zwar in your mind, Face, aber es macht nichts. So, ich werde mal das Mädchen hier beschützen. Das sollte ja kein Problem sein für mich. Ah, zu spät, zu spät, zu spät. Ich habe auch immer noch meinen Standardspieler, keine zusätzlichen Klamotten etc. Oh, der kann aber schon schön dribbeln, sag ich auch. Der andere Point Guard. Also wir sind eher so ein kleines Team. Klein und flink. Ah, verdammt, 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 verdammt. Und der freut sich hier. Ja, man hat natürlich auch immer Sondermoves hier, wie ich meinen Spieler. Ja. Oh, schönes Ding. Wie ich die anderen Spieler so ein bisschen ärgern kann, ja. Oh, oh, oh. Und da sehe ich schon wieder, dass wir irgendwie... Oh, ja, ganz knapp, ganz knappes Ding. Aber ich sehe schon, dass ich hier kaum eine Rolle spiele im Spiel, ne. Oh. Ja, unser Power Forward, der macht auf jeden Fall ordentlich Punkte. Maximus spielt hier keine Rolle. Komm her. Also der andere mit dem Pullover ist ja extrem gut, der Junge, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da habe ich aber einen guten Pass gegeben. Ah, ja, der ist gut. Er hat natürlich die Größe und... Er kann auf jeden Fall reagieren und... Oh, da hat er mich weggekickt, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, es konzentriert sich alles ganz schön unter den Korb, ja. Also irgendwie aus Distanz wird hier nicht viel geschossen. Ah. Und da schubst die mich weg hier, das gibt's doch nicht. Ja, und mal Punkte vom Maximus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo man das sieht, wie viele Punkte man gemacht hat und wie viel, ähm... So, gib mir mal einen Ball, ich stehe hier frei. Ja, das ist halt blöde, wenn man sich die absprechen kann, ne? Ja, und da macht er hier sein Ding alleine, ganz knappes Ding. Man kann hier mit Tab irgendwie nochmal gucken, wie viel Assist und Steals. Ja, gut. Ah. Oh, dann lassen wir uns den Rebound noch wegnehmen. Ich hab den Ball, ich hab den Ball. Gib ihn wieder zurück zu unserem Power-Round. Power-Forward. Und... Ja, das bedeutet, einen Assist hab ich gemacht. Und ich hab den Ball. Ich hab den Ball. Ich hab den Stil gemacht. Und... Oh, und ein Rebound. Und... Super Spiel. Ein wirklich jetzt fantastisches Zusammenspiel, muss ich jetzt sagen. Weil ich hab auch gerade zwei super Aktionen gemacht hier, bezüglich Defense. Muss ich ehrlich sagen. Ach, da kriegen wir aber gleich wieder die Quittung. Aber wir führen immer noch mit vier Punkten. Ah. Er kann gut dribbeln, das muss ich ihm wirklich gestehen. Oh, da lassen wir uns den Ball wegnehmen. Schwäche Phase von unserem Team jetzt. Und... Aber ja, den Ball konnten wir für uns nicht halten. Und da steht er frei. Und macht das Ding. Nur noch zwei Punkte. Viel Zeit ist noch. Oh, ich hab so lange freigestanden. Das ist halt... Man kann sich nicht absprechen, ne? Aber... Wieder vier Punkte Vorsprung. Die sechs Punkte... Bringt das ein bisschen wieder. Und da lässt er sie ausdribbeln. Ja, der hat natürlich den Geschwindigkeitsvorteil. Wenn er da ein bisschen kleiner ist. Yeah! Und wieder ein Assist. Vier Punkte, drei Assists, ein Remount reich gemacht. Jetzt hab ich das gesehen. Links wird's angezeigt, was man alles so bis jetzt gemacht hat. Also, punktemäßig noch nicht so optimal für mich. Ich steh hier frei, Jungs. Ich steh hier frei. Aber er muss alles alleine machen. Das ist halt... Ja. Das gute Teamspiel ist wieder vorbei. Und ich hab den Ball. Und ich hab... Ja! Vierter Assist. Das ist natürlich meine Position. Point Guard. Auch Vorspieler. Ah ja. Ärgerlich. Ärgerlich. Wir führen aber mit sechs Punkten. So. Gib zurück. Gib zurück, Mann. Ach gut. Alles klar. Wenn's geklappt hat, dann ist natürlich... Alles wieder gut. Aber hätt's nicht geklappt, hätte ich rumgemeckert. Das war natürlich meiner, den ich beschützen hätte sollen. Oder verteidigen. Gib mir noch einen Bass, Mann. Und der will noch einen Dreier reinknallen. Gut. Das bedeutet, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Super Game. Und das gibt ordentlich Punkte. Ach, herrlich. Herrlich. Und MVP war sogar das Mädel. Diesmal eigentlich gar nicht so aufgefallen. Muss ich ehrlich sagen. Mal sehen, was wir als nächstes bekommen an Gegenstände. Und wir nehmen mal wieder die gute Drei. Gibt natürlich auch Loser-Karten, ne? Ah ja. Hier kann ich ja so ein komisches Tierchen haben. Ah ja. Das braucht kein Mensch. Zurück zum Team. Und ja. Vielleicht mache ich jetzt noch einen Anschluss mit dem Team noch ein Match. Und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.